Anna Amakova ist super ehrgeizig. Aber schafft sie es auch endlich aufs Traumschiff? Zusammen über die Ozeane schippern. Die schönsten Orte bestaunen, fremde Kulturen entdecken. Gemeinsam an Bord des Traumschiffs, Sonne auf der Haut, Seeluft um die Nase. Wer weiß, vielleicht wird dieser Wunsch ja bald Wirklichkeit. Vielleicht holt Florian Silbereisen, 42, seine Anna Amakova, 24, ja wirklich bald auf das Traumschiff. Sie wartet nur darauf, dass er anruft. Anna Amakova ist extrem ehrgeizig. Und so unrealistisch ist das gar nicht. Florian und Anna verstehen sich seit einigen Wochen auffallend gut. Gemeinsam stehen die beiden ja auf der Bühne, singen und schmachten sich dabei an. Und natürlich weiß Florian bei so viel Nähe um Annas große Sehnsucht. Es ist auch kein Geheimnis, ihr Herz schlägt nach dem fulminanten Auftritt bei Let's Dance und ersten Erfahrungen als Laufstegmodel auch ein bisschen für die großen Bühnen der Welt. Ich möchte Schauspielerin werden, erzählte sie uns einmal. Ich bin zwar schüchtern und habe Angst, abgelehnt zu werden, trotzdem will ich es versuchen. Es gibt nur ein Problem, ein Gastauftritt in einer Serie oder nur die Rolle einer Leiche im Tatort, das ist Anna zu wenig. Die Tochter von Tennis-Idol Boris Becker, 56, ist ehrgeizig. Anna will hoch hinaus, am besten gleich auf das erste Klasse-Deck des Traumschiffs. Und nur Florian kann ihr diesen Wunsch erfüllen. Er spielt die Hauptrolle, er darf mit über die Besetzung entscheiden. Und Anna hat sicher mehr Talent als viele andere, die auch schon aufs Traumschiff durften. Wie Internet-Influencerin Caro Dauer, 29. Oder Fußballspieler Gattin Cassie Hummels, 32. Und die Chancen stehen gut, Sebastian Hühnerfeld, verantwortlicher Redakteur fürs Traumschiff, ist von der Idee angetan. Vielen Dank für diesen interessanten Vorschlag. Seine Kollegin Elisabeth Müller ergänzt, wir sind immer offen für Neunamen.